Hallo liebe Freunde der Symphonischen Blasmus, Jürgen, herzlich willkommen zu Tontechnik für Gitarristen. Und die Serie besteht im Prinzip immer aus dem Gleichen. Ich gehe die Signalkette rauf und runter und vieles ist auch manchmal das gleiche, aber vielleicht schaut ihr ja das, vielleicht denkt ihr ja, warum sollte ich Videos für Sänger angucken? Ich bin Bassist. So, und dann habt ihr die Hälfte vergessen. Deswegen, ich mache es immer einmal komplett. Gitarristen, wo geht bei euch diese Knallkette los? Naja, bei einer Gitarre. Und ich mache das mal für die, die, ich versuche mal alles irgendwie zu machen, deswegen werden jetzt langjährige Gitarristen, den kenne ich schon, aber ja. Es gibt aktive und passive Gitarren, die einen haben eine Batterie drin, die anderen nicht, die Tonabnehmer werden dann noch, oder beziehungsweise die, es gibt elektronische Bauteile, die Strom brauchen, meistens ist das ein EQ. Also ein Equalizer für Höhen, Tiefen, Mitten, lauter, leiser machen. Wenn der noch Strom hat, kannst du was lauter machen. Wenn es keinen Strom hat, haust du nur einen Widerstand rein. Das heißt, du kannst es nur leider machen. Ist auch egal. Die Aktiven haben ein bisschen mehr Features drin, aber brauchen eine Batterie. Und das ist ganz wichtig, dass ihr vor dem Konzert guckt, dass diese Batterie neu ist, beziehungsweise aufgeladen ist. Was aus der Gitarre rauskommt, ist ein unsymmetrisches Kabel. Das heißt, dieses Kabel, dieses Klinkenkabel, hat vorne auch nur einen Ring, daran erkennt ihr ein unsymmetrisches Kabel. Und das Signal da drin ist unglaublich, unglaublich schwach. Wenn ihr Effekte habt, werdet ihr dazu auch noch Patchkabel haben. Patchkabel nennt man die einfach kurzen Kabel, 30 cm, vielleicht bis 90 cm würde ich noch ein Patchkabel nennen. Gibt es natürlich auch sehr, 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 sehr viel kürzer. Und wo ihr bei Effekten drauf achten solltet, ist, dass ihr einfach nicht zu viele hintereinander schaltet, weil dann kommt irgendwann Scheißbrummen dazu. Vor allem, wenn das Netzteil dann auch irgendwie nicht passt und so. Kann es zu Problemen führen. Meistens nicht. Probiert es einfach aus. Schaltet eure Effekte hier hin und guckt einfach mal, wie es ist. Mit dem ganzen Zeus geht ihr eben mit eurem unsymmetrischen Kabel in einen Amp, in einen Verstärker. Da gibt es Röhren und Transistor. Ich denke, das weiß jeder. Die einen haben eine Röhrenschaltung, die anderen eine Transistorschaltung. Röhren-Amps klingen deutlich runder, deutlich wärmer. Transistor-Amps sind mehr sowas zum Üben in meinen Augen. Haben ihren eigenen Sound, okay. Und natürlich gibt es auch noch diese ganze Modeling-Variante mit iPads und Übernrechner und was man da alles machen kann. Aber ist auch egal. Ihr geht mit eurem Klinkenkabel in irgendeinen Eingang eines Verstärkers, nenne ich es jetzt einfach mal. Und nach diesem Verstärker, wenn ihr jetzt auf eine Bühne kommt, wird irgendein Tontechniker ein Mikrofon davor stellen. Meistens ist das dynamisch. Ich würde sagen, in 90% der Fälle ist das ein Shure SM57, vielleicht noch ein Sennheiser E906. Die sind dynamisch. Es gibt dynamische Kondensatormikrofone. Wenn das ein Kondensatormikrofon ist, braucht das gute Ding Phantomspeisung. Ich glaube aber nicht, dass ihr in die Verlegenheit kommt, ein Kondensatormikrofon zu verwenden. Also, wenn das Mikrofon nicht funktioniert und es ist irgendwie nicht dieses typische Shure SM57, also das da, dann guckt mal, ob ihr vielleicht Phantomspeisung gebraucht hättet und drückt da mal auf diesen Mischpult, auf diesen 48V-Phantomspeisungsknopf, wie auch immer. Dieses Kabel, was aus dem Mikrofon rauskommt, ist wieder ein XLR-Kabel. Das schaut anders aus als euer Klinkenkabel. Das ist so ein dreipoliger Stecker mit drei Pins drauf. Der hat eine Seite für ins Mikro und eine Seite für ins Mischpult. Könnt ihr eigentlich nicht übersehen. Das Mikrofon an sich macht folgendes. Also, ihr kommt mit eurer Gitarre rein und die Gitarre sorgt über den Verstärker, also mit den schwingenden Seiten, die vom Tonhandnehmer aufgenommen werden, in eine Wechselspannung gemacht werden, gehen in diesen Verstärker und die Membran bewegt sich. Das heißt, Schall kommt aus diesem Verstärker raus. Und was das Mikrofon macht, ist wieder nichts anderes als das Ganze wieder zurück, nämlich diesen Schall in eine Wechselspannung, um zu packen, damit das Mischpult damit was anfangen kann. Wie gesagt, typische Mikrofone, Schur SM57, Sennheiser E906 oder ganz viele andere. Vertraut dem Tontechniker eures Vertrauens. Es gibt auch noch unterschiedliche Positionen, wo ihr dieses Mikrofon hinstellen könnt, also wohin dieses Mikrofon zeigt. Wenn ihr es selber machen sollt, experimentiert vorm Konzert rum oder während der Aufnahme. Wenn ihr einen Tontechniker habt, vertraut ihm einfach. Zeigt ihm vielleicht, wo eure Lautsprecher sind. Das ist noch ganz hilfreich, da so einen Kleber hinzumachen, da in der Ecke, wo der Lautsprecher ist. Das freuen die sich. So. Dieses Mikrofon geht in ein Mischpult. In diesem Mischpult wird das Mikrofonsignal einfach verstärkt. Er hat noch einen Equalizer, Höhen, Tiefen, Mitten, dazufahren. Vielleicht würde er das Signal auch noch komprimieren. Hall oder Delay würde er vermutlich nicht verwenden. Das sind so Effekte, die einfach bei Mischpulten vielleicht noch dabei sind oder so weiter. Wichtig ist, dass dieses Mikrofon in einen XLR-Eingang geht. Nicht nur in einen Klinke-Eingang, sondern in einen XLR-Eingang. Ihr kommt mit eurer Gitarre, wenn ihr da direkt ins Mischpult geht. Das wird scheiße klingen. Würde ich einfach nicht tun. Es sei denn, ihr seid wirklich, 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 wirklich low-budget. Und aus diesem Mischpult geht ihr in eine Beschallungsanlage. Die besteht aus einer Endstufe, die einfach ordentlich Saft auf das Signal gibt und Lautsprechern, die das Signal rausbrüllen. Wenn ihr auf einer Bühne steht von einem Club oder Festival oder was auch immer, werdet ihr vermutlich einen Monitor vor euch finden. Ein Monitor ist einfach die Box, die auf dem Boden steht und die dafür da ist, dass ihr irgendwas hört. Und der Tontanninger wird euch fragen, was ihr gerne haben wollt. Natürlich braucht ihr irgendwie euch, wenn ihr euch nicht vom Amp hört. Dazu komme ich gleich. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, haut euch genügend Gesang drauf. Nicht zu viel, sondern einfach genügend. Und haut euch gerne auch die Drums drauf, wenn es jetzt nicht ein Club ist. Einfach, damit ihr das Timing haltet. Macht keinen unnötigen Scheiß drauf. Fangt nicht an, noch irgendwie Effekte drauf haben zu wollen, sondern beschränkt euch wirklich auf das Minimum. Drums, damit ihr das Timing hält. Gesang, damit ihr wisst, wo ihr im Song seid. Und euch, falls ihr euch nicht hört. Und wenn ihr eben den Monitor für euch habt, macht das für euch cool. Was für Probleme kann es geben? Es kann das Problem geben, dass euer Amp so laut ist, dass die Gitarre rückkoppelt. Dass ihr die ganze Zeit so ein Pfeifen vom Verstärker auf die Gitarre habt. Das Signal kommt aus dem Verstärker raus, geht auf den Tonabnehmer. Und das Ganze in Repeat und immer wieder. Und das sorgt halt für dieses Pfeifen. Das kann man als Effekt nutzen. Das kann eine coole Sache sein. Wenn man es nicht will und ihr wollt nicht euren Verstärker leiser machen, kann ein Noisegate helfen. Das ist einfach noch ein Bodeneffekt, der dafür sorgt, dass das Gitarrensignal aus ist, wenn es zu leise ist. Informiert euch einfach im Internet. Das wäre so die Lösung. Wenn ihr euren eigenen Verstärker nutzt, um euch zu hören. Also das Signal nicht noch auf dem Monitor auf der Bühne vor euch habt, sondern nur den Amp hört von euch selber. Guckt, dass ihr den so ein bisschen positioniert, dass er nicht eure Füße anstrahlt, sondern wirklich auch eure Ohren. Also kippt ihn ein bisschen oder stellt ihn höher. Schaut einfach, dass das nicht auf eure Knie geht, sondern wirklich an eure Ohren. Und was immer Tontechnikern hilft, ist, wenn die Bühne leise ist. Das heißt, dreht ruhig euren Amp einfach am Master Volume ein bisschen leise und der Tontechniker freut sich. Ich hoffe, das war ein bisschen ausschlussreich für euch. Es geht jetzt natürlich noch weiter. Bassisten, Keyboarder, Drama wird noch alles kommen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschau. bis zum nächsten Mal.